Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Pile Up Glitch zeigen und das auf dieser Map Titanic oder Voyage auf irgendetwas. Wo ihr hin könnt ist gleich im Spawn Room, ihr müsst keine einzige Türe aufkaufen für das. Da müsst ihr da nach oben drinnen und dann könnt ihr da an diese Kante gehen und nach vorne springen. Dieser Glitch ist wirklich richtig easy und auch neu. Und was ihr da machen könnt, ihr habt God Mode und ihr könnt da oben ganz einfach hinschießen und ihr tötet die Zombies da durch dieses Blech durch. Unten kommen keine Zombies hin, die kommen wirklich nur immer oben hin. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Ich weiss ich war schon lange nicht am Start, aber jetzt bin ich wieder zurück und mit neuer Energie. Also Leute, bis zum nächsten Video und ciao. Also Leute, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video.